Hey, ich hab' hier was für dich. Was bedeutet eigentlich Pfad finden im Jahr 2018? Das wollen wir herausfinden, gemeinsam mit dir auf dem Dezesanlager der DPSG Rottenburg Stuttgart unter dem Motto einfach Pfad finden. Das werden 10 unvergessliche Tage im August 2018 zusammen mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus unserer Diözese und der ganzen Welt. Also, worauf wartest du noch? Melde dich gleich an! Alle wichtigen Infos zum Lager findest du auf www.einfach-pfadfinden.info 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 www.einfach-pfadfinden.info